Ärgerlich, so ist das halt, so ist das Leben, that's the life from the Guzor and from the other people in the Clan. Guten Tag Jungs und Mädels, ich habe mich spontan für einen Boost entschieden. Und ich dachte mir, ach, machst du einen Boost in deinem großen Account, da habe ich aber halt nur Barge momentan, das will man nicht sehen, das ist, ja, wisst ihr selber. Deswegen dachte ich mir, ach kommt, ey, ihr habt mir wieder ein paar Fragen gestellt, also nicht ein paar, also ich habe jetzt wieder 113 Dinger drin, nachdem ich den ganzen Spam gelöscht habe. Und würde einfach gerne nochmal ein paar Fragen beantworten, weil das ist ja immer eine coole Nummer. Und dann dachte ich mir, ach komm, nebenbei kannst du einen Boost reinballern. Und dann hat man wieder ein paar Drachenangriffe, die man dann eben auch sehen möchte, denke ich mal, hoffe ich. Ja, wir verlieren leider den CW. Und zwar hat der... Der Leon hat gerade ins Gras gekackt und hat 80% geliefert. Leider nicht komplett. Mal gucken, was er für einen Golem gespendet bekommen hat. Okay, er macht zuerst schon mal seine Prozente da, klar, bei den toten Gebäuden, klar, gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, ich hätte es zwar bis zum Ende gelassen, aber nicht, nicht weiter schlimm. So jetzt, also er hatte keinen Max-Golem bekommen, das sehe ich gerade. Schauen wir uns das mal an, dass man da einfach wirklich wieder ein bisschen Action hat. Ja, ich meine, das, klar, man kann probieren. Ja, cool, den Loon hat es da jetzt gleich zerschnetzelt. Und hier hat er auch echt, muss ich sagen, hat er echt Glück, dass der Drach auch wirklich so lange drinne bleibt. Und dann natürlich, klar, die Queen hat halt geregelt, ganz klar, also das ist logisch. Alter, er hat hier echt viel totes Zeug hier, muss man jetzt mal sagen, im äußeren Bereich. Pekka rauf, Rathaus down, klare Sache, logisch. Ah, die Golems tanken auch gut und die Queen kriegt hier jetzt auch nicht zu sehr aufs Maul, also das geht. Entschuldigt bitte den Ausdruck, die Ausdrucksweise. Oben sind die Golems und Pekka halt noch übelst am Tacklen. Ah, das sieht echt gar nicht so verkehrt aus. Aber halt dann die Masse noch, also weil hier in dem Bereich muss man erst mal vordringen. Und wir sind in Anführungsstrichen erst bei den 60%. Und das muss man dann erst mal ruppen, klar. Und jetzt geht die Queen auch gleich down durch den Boogie-Turm. Und dann geht da nichts mehr. Und dann kann man nur noch hoffen und bangen, klar, die Golems selber machen nicht mehr viel. Wir haben noch zwei Magier und das ist klar, das wird dann nichts. Das ist, äh, ganz klare Geschichte. Ärgerlich. Er hätte die was früher droppen können, aber das hätte gar nichts gebracht. Also, das wäre, man kommt dann einfach nicht mehr komplett durch die Base durch. Zumal wir hier noch richtig Splash-Damage haben. Und, nee, das ist klar, das ist, ist halt so. Vielleicht hätte wirklich der, der Fünfer-Golem noch wirklich was gerissen. Ärgerlich, so ist das halt. So ist das Leben. Setz the life from the Guzor. And from the other people in the Clan. Bisschen daneben. Aber so ist es halt. Ich meine, ich war eh nicht beim CW, von daher, ich meine, es ist nicht meine Kriegsbeute. Aber ist natürlich trotzdem schade, logisch, klar. Wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sage, ne, ich war eh nicht, aber er interessiert mich nicht. Nee, so ist es nur nicht. Nikola, nee, ist ein Kerl. Läuft auf jeden Fall. Ja, sorry. Also, es gibt ja so einen Namen, die eben, ja, in beide Richtungen verwendet werden können. Also, Michelle oder was auch ein, ah, wo ich sagen muss, echt, ähm, als, wie soll ich, ah, wie soll ich das erklären? Äh, ich finde zum Beispiel, Sascha ist natürlich ein deutscher Name, so, so, also, so hart für ein, für ein Männle halt, wa? Aber, aber dann wiederum als Frau, so, so, stelle ich mir so eine, äh, dünne, dickbusige Dame vor und die dann aber Sascha heißt. Und das geht natürlich auch. Da ist natürlich auch dann, äh, der Name angebracht. Also, von daher, nichts für Nikola. Also, er findet meine Videos cool. Und womit nehme ich auf? Ich nehme mit Camtasia auf. So, ja, Camtasia ist da wirklich eine richtig coole Nummer. Kostet natürlich auch ein paar Steine. Klar, von TechSmith. Ähm, Vorteil an der ganzen Geschichte, da ich ja mit BlueStacks aufnehme, auf dem Rechner, kann ich direkt sagen, okay, ich möchte, also Camtasia ist ein Bildschirmaufnahmeprogramm. Äh, somit kann ich da ganz easy, nicht so wie mit Fraps, bei Fraps ist es so, dass ich in einer Application sein muss, äh, um irgendwas aufzunehmen. Und mit Camtasia könnte ich auch den ganz normalen Desktop-Hintergrund aufnehmen. So, zusätzlich gleich die Webcam mit drinne, zusätzlich gleich den Sound mit drinne und somit ist das ziemlich geil. Und man kann damit gleich schneiden. Also, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. So, also, von daher ist Camtasia echt eine coole Sache. Ja, dann fragt Aaron, Aaron heißt auch mein Cousin, äh, weiß jemand, wann das Update kommt? Ja, es wird gemunkelt mit dem 16., aber ich bin, ganz ehrlich, ich halte mich da komplett aus dieser Sache raus, weil wenn es kommt, dann kommt es. Fertig. Viel dran ändern können wir eh nicht. Ganz klare Geschichte. So sehe ich das. Ich mache mich da gar nicht heiß. Es bin ich auch bis jetzt immer am besten damit gefahren. Äh, der WUWU schreibt noch saubere Sache. Nächstes Mal ein GoHawk auf drei Sterne, mein Liebster. Ja, das stimmt, ja, da habe ich ja ein bisschen vercaked. Hallo nochmal kurz an Pimmelberger. Der hatte geschrieben, ja, hier, kennst du mich noch von den Streams? Ja. OnlyHawks ist nicht so gut, finde GoHawk besser. Ja, äh, hat der Matt geschrieben. Da, äh, mit, mit GoHawk. Da muss ich echt mal gucken, weil, ja, da würde ich auch so eine Variante auf jeden Fall nochmal probieren. Alleine schon wirklich für mein Rathaus 8, dass ich halt wirklich noch im CW auch mit dem Rathaus 8 Account nochmal gut abliefern kann. Ganz klare Sache. Das ist schon noch wichtig. Weil, klar, soweit schon relativ maxed. Aber, ich will mich halt schon noch mit den Mauern ein bisschen beschäftigen. Und der King ist schon auf 10. Also, CW-mäßig wäre das schon nett. Aber, dann muss halt wirklich eine gute Strategie im Town Hall 8 Bereich raus. Ganz klar. Ja, dann hat der Jan Fischer geschrieben. Er kennt jemanden, der hat sieben Halloween Kessel. Das würde mich natürlich echt mega interessieren. Und bei sowas würde ich da natürlich auch gerne mal vorbeigucken bei anderen. Weil, das ist natürlich echt geil. Den hier muss ich euch einfach mal zeigen. Das ist natürlich auch ziemlich, ziemlich geil. E-P-L-P. Buzia, du Missgeburt. Ja, genau. Ähm, und, ich meine, wenn ich sowas schreibe, dann gebe ich mir doch wenigstens die Mühe, dass ich nochmal gucke, ist eventuell die Autokorrektur an oder wie auch immer. Äh, hm, schade, lief nicht so richtig bei dir. Mache gleich meinen ersten Queenwalk, schreibt Nikola. Ja, ich hoffe, das lief. Ja, finde ich auch ziemlich geil. Jetzt kommen die, die ganzen, äh, Anfragen, beziehungsweise nicht Anfragen, aber die ganzen Mails zu den RoboCraft-Videos. Und das finden doch ziemlich viele richtig, richtig cool. Das mag ich sehr, auf jeden Fall. Und von daher gibt's da auch wieder weitere Sachen. Also, weil ich finde auch, also ich bereue diesen Schritt auch nicht, dass ich von, klappe, äh, dass ich von, nee, nicht von Clash of Clans weggegangen bin oder sowas, gar keine Sache, auf keinen Fall. Aber, dass ich halt eben nicht gesagt habe, okay, den Guzo-Account, den nehme ich jetzt nur für COC und alles andere vollkommen egal. Weil, ich sehe das ja selber, dass man dann doch mal sieht, oh, das ist ja doch gar nicht so verkehrt und so weiter und so fort. Und, das ist klar, ihr werdet bei mir jetzt hier keine Beauty-Videos sehen oder sowas, weil das muss nun wirklich nicht sein, das wäre ein bisschen fail. Aber ihr wisst, was ich meine, dass man einfach nochmal links und rechts vom Tellerrand einfach auch nochmal ein bisschen was abkriegt. Äh, jetzt, dann war die Frage, ob ich Hearthstone spielen kann. Nein, weil ich das total scheiße finde. Tut mir leid, ist einfach so, ist meine persönliche Meinung. Ich würde halt auch wirklich nichts spielen. Auch, wie gesagt, auch beim Product Placement, wenn es darum geht, bitte spiel doch mal das und das. Du kriegst dafür Summe XY. Alles schön und gut. Aber, wenn mir das Spiel absolut gar nicht zusagt, dann würde ich halt eben sagen, gut, okay, passt auf. Ich habe hier halt Money gegettet, dass ich das Spiel spiele. Aber, grundsätzlich ist das totaler Kack. Und das würde sich natürlich für kein Spielehersteller lohnen. Dann würde ich sagen, gut, okay, dann können wir auf deine Meinung verzichten, dann lassen wir das lieber. So. Dann hat Luca Tesma geschrieben, auch absolut nicht irgendwie Dizzend oder sowas, aber er schrieb halt, bitte schau dir mal Tutorials an. So hat das keinen Sinn mit Robocraft. Verstehe ich deine Meinung? Vollkommen, ganz klare Sache, mache ich trotzdem nicht. Warum? Weil ich es kann. Nein, ich kann es da natürlich nicht. Aber genau das ist der Punkt. Das heißt, ich fange nicht an mit einem Spiel, was ich hier total gut kann, was ich schon seit zwei Jahren lang spiele und so weiter und so fort. Und zeige euch da was. Nein, sondern ich möchte es so, wie es vielleicht bei euch auch ist, sage ich mal. Also sprich, ihr kennt das Spiel nicht, findet es aber so von der Aufmachung geil und seht dann, wie ich nach und nach besser werde. So möchte ich das halt. Wenn dir das nicht gefällt, kein Thema, dann, wie gesagt, gerne bei anderen YouTubern das Spiel gucken, gar kein Thema. Aber wie gesagt, bei mir wird es so gemacht. Und ich finde das eigentlich auch ziemlich geil. Besonders, wenn man halt einen Fail oder sowas hat und wenn dann halt die Abonnenten reinschreiben, ey, pass auf, ich kenne das Spiel auch. Das musst du aber so und so machen. Fand ich bei GTA total geil. So, jetzt sehen wir nochmal einen Angriff. Ich weiß, ich habe wieder ein bisschen sehr viel gequatscht, aber wie gesagt, so Videos müssen halt auch sein, dass ihr halt eben einfach seht, aha, okay, die Fragen werden auch irgendwo gelesen, ganz alter nice, alter nice. Also ich meine ganz ehrlich, bei so einer in Anführungsstrichen Fail Base, wo halt wirklich nichts ist, da muss man angreifen. Da muss man einfach angreifen und da muss man auch, auch wenn ich diesen Loot ja, äh, also das, das, äh, das Zeug nicht brauche, das Elixier. Ich meine ganz ehrlich, 420k. Ganz ehrlich, da scheiße ich nicht drauf. Ganz klare Geschichte. Das ist mir dann nicht egal. Ich hau mal nochmal zwei Draggies hinterher. Wäre natürlich ziemlich nice, wenn die gut laufen. So, jetzt ist hier gleich die Luftabwehr platt, ganz genau. Und dann hat der Drache eigentlich schon mal ein bisschen Freizeit. Free Time Activity. So, jetzt ist die Frage die, ob wir jetzt nochmal... Egal, man, wir haben die Drachen. Shit drauf. Dann gehen wir automatisch auch gleich wieder ein bisschen höher mit den Pokis. Und dann ist das auch eine gelungene Sache. So, ich gehe mal hier gerade mal weiter hier. So ein bisschen weiter. So. Hier kam nochmal vom Happy Meal, aber nicht Meal mit M-E-A-L geschrieben, sondern M-I-L. Happy Meal. Und zwar wurde geschrieben, ich könnte mir das Video den ganzen Tag anschauen. Das ging um das Champ-Video. Ich habe es mir heute auch wieder gegönnt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das einfach auch total geil finde. Das ist einfach wirklich eins der besten Videos, die ich bis jetzt gemacht habe. Finde ich auch wirklich, weil es einfach... Da seht ihr einfach wirklich diese Emotion pur, wie es halt eben wirklich einfach abläuft bei mir. Und das finde ich einfach ziemlich geil. Und ja, da hat er mir halt einfach nochmal gratuliert dazu. Wie man dann eben oben das Gem-Zeichen gesehen hat. Ja, ich habe mich so übel gefreut. Das fand ich ziemlich nice. Achso, ich kriege noch ganz, ganz viele Fragen oder Antworten zu diesem Gem-Glitch-Video. Die Sache ist die, ich habe ja zu diesem Gem-Glitch-Video... Zu dem Gem-Glitch habe ich ein Video gemacht. Also sprich, wenn ihr die Kasernen für einen Gem boosten könnt, wenn das halt eben in dieser Zeit gerade ist, dann kann man ja seine Mine und Sammler, wenn man sie noch nicht ausgemaxt hat, höher bauen, abbrechen und dann kann man den Boost nochmal machen. Das geht natürlich momentan nicht, weil der Boost momentan nicht einen Gem kostet. Klare Sache. Wichtig. Kriege ich immer wieder zu hören. Geht natürlich nicht, klar. Geht nur, wenn der Gem-Boost halt wirklich da ist. Mal gucken, was wir wirklich mit den Drachen reißen. Und dann ist es natürlich für mich auch mit meinem kleinen Account ohne Probleme machbar, 1600 Dunkles zu nehmen. Und wenn ich da sehe, meine Drachen Level 3 sind bei 33.000, das heißt 330k habe ich dafür verballert. Dann habe ich wirklich nochmal für den Rage-Spell auch nochmal ordentlich investiert, aber habe die Kohle rausgekriegt, beziehungsweise das Elixier und dann passt das. Oh yeah, Tobi haut raus. Tobi lässt richtig rausballern. Mal gucken, was hier wird. Ja, und ich habe mir wieder so ein bisschen auf die, wie soll ich sagen, auf die Zunge gebissen, kann ich nicht sagen, auf die Lippen. Sagt man auf die Lippen beißen? Oder auf die Zunge? Ach, egal. Scheißegal. Egal, wo ich mir raufbeiße, auf jeden Fall habe ich mir einfach wirklich wieder gesagt, Ah, es muss wieder, ich muss wieder noch mich selber so ein bisschen dazu, äh, ne, nicht nie, Zwingen ist total das falsche Wort. Ich muss mich selber wieder dazu ein bisschen bringen, dass ich einfach noch mehr Wert auf die Qualität im Video lege. Okay, lieber was weniger, dann halt eben wirklich nicht jeden Tag, aber ordentliches Zeug, was ich mir selber gerne, 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 gerne anschaue und fertig. Deswegen habe ich jetzt auch ein Video, ich hatte noch ein Robocraft-Video, äh, was eigentlich am 12., also heute haben wir ja noch den 12. bei mir offiziell, aber was am 12. rausgekommen wäre, das habe ich jetzt zurückgehalten und, äh, werde ich nicht zeigen, weil es mir einfach mittlerweile nicht mehr so gefällt. Also, hat sich halt wieder ein bisschen geändert bei mir und deswegen ist die Sache die, dass ich das halt euch nicht zeigen werde, weil es halt nicht gut genug war für euch. Fertig. Und hier ist aber ordentlicher Loot, den kann man auch zeigen und nicht gebartscht, nein, nein, ordentlich abgeliefert. Äh, nee, das war nicht abgeliefert, sehe ich gerade. Ja, ja, das war ordentlich kassiert, würde ich sagen. Tobi, läuft rückwärts, wa? Alter, schaut euch an, wie die Queen bei 46 Sekunden läuft, das schauen wir uns nochmal kurz an. Ich dachte gerade, oh, ja, cool, 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 aber der hat ja richtig gut kassiert, ey. Okay, Leute von heute, die sehen nur Bräute. Alter. So, jetzt gucken wir mal kurz. Bei 46, weil ich kenne ja Queen-mäßig. So. Da war nichts. Da war nichts dabei. Ach so, du meinst höchstwahrscheinlich dieses, warum sie jetzt hier rumrennt. Ja, das kann ich dir sagen, weil sie halt eben hier gerade noch ein Ding gekillt hatte und dann die Kanone halt wieder minimal am dichtesten dran war und dann läuft die Queen so. Das ist leider normal und deswegen funktioniert der Jump-Spell bei der Queen nicht. Also nicht sagen, ich stand nämlich auch da, warum geht das nicht? Warum geht die Queen da nicht rein? Der Jump ist doch so dicht da dran, warum nicht? Ja, wenn die Queen halt wirklich irgendwas in der Nähe sieht, beziehungsweise was, was dicht da dran ist, geht die Queen dahin. So einfach ist das. Leider. Schade, dass es die da nicht reinzieht, aber wie gesagt, konnte Tobi ja jetzt komplett egal sein, weil er davon eh nicht profitiert hätte. So, das war's. Es ist mega lang geworden, das Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, ich gebe mir da echt Mühe wieder, um euch da zu entertainen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr haut rein und ich wünsche euch was. Ciao, ciao.